Ich freue mich ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen zum Zukunftsforum 2016. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, das hat eben auch schon jemand gesagt, jetzt so als Abiturian dann plötzlich vor Studenten einen Vortrag gehalten und teilweise sogar Dozenten. Ich fand das heute sehr interessant, gerade das, was Herr Isig gesagt hat, weil mir das eben auch diese andere Seite nochmal gezeigt hat, gerade was die Technik angeht und die technische Entwicklung. Ich komme natürlich aus dieser Web-Video-Branche oder aus diesem Bereich und wusste natürlich da gerade, was auch Herr Griebel gesagt hat, recht gut Bescheid. TV-Top-Quote 2015, der Tatort Schwanensee, 13,9 Millionen und das meistgesehene Gronkh-Video auf YouTube, 13,2 Millionen plus. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war sehr cool. In meinen Eltern ist es, glaube ich, sehr lieb, wenn ich demnächst irgendwann mal anfangen würde zu studieren, aber ich finde es auch sehr wichtig, sich irgendwie noch ein Standbein aufzubauen, neben der YouTube-Geschichte, weil man ja auch eben gar nicht genau weiß, wie lange das auch noch in Zukunft halten wird. Es ist eine tolle Nebenfinanzierung, oder was heißt, ist das momentan meine Hauptfinanzierung, aber demnächst würde ich schon gerne studieren, wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.